Wir machen jetzt die Kiste drauf und ziehen einen Knife. Dann mache ich jetzt die Kiste drauf und ziehe ich Handschuhe, ok? Ja passt. Passt. So die AWP, jetzt haben wir auch. Ich habe mal genügend. Okay, jetzt einmal Blue. Stopp gleich. Ja übertreib gleich. Ah, Fix Effect. Noch einmal Blue. Witz, das ist ein Knife anscheinend. Ich habe schon zwei Container. Nein, da habe ich die ganzen Sticker drin. In der anderen habe ich die ganzen Graffitis drin. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und wie geht das jetzt da? Ja, hast du schon gekauft? Ja. Passt. Dann klickst du auf diesen drauf. Dann hast du zwei Optionen oder so. Start using this unit. New name. Ja. Ja. Handschuhe. Aber richtig billig. Und ich denke mir zuerst noch, ich traue die Phase auf. Jetzt kurz bevor ich die Dings aufhebel, die eine Kiste, geht der Akku aus. Das war so ein Zeichen. Ja, aber die kann ich wahrscheinlich nicht einmal tun, oder? Quasi sowas, was ich habe, oder? Ja, ich will nicht sogar ins Söben. Deposit. Change Label, Deposit Items, oder? Deposit Rattler. Ja. Ich spiele auch, das ist cool. Alter, Matze, weil du gemeint hast, du machst ein kleines Opening, aber ich dachte ich mache auch noch ein kleines Opening, ich habe mir nur mit 10 Kisten gekauft und dann wird wieder ganz einfach so. Ja, aber wieder so pülig. Hä, wieso schaut das so komisch aus? Das ist ein Grafikpack. Hier ist Rode. Ja, Grafikpack. Wieder Klatsch oder was? Ja, Alter, mein Herz klopft gerade vorhin. Ich habe nicht gewusst, wie es ist. 120, 140. Was, fuck you, ich habe es noch zehn Klatschen. XT, zwei Handschuhe in zehn Kisten. Das ist ziemlich schwer. Das ist wieder mal ziemlich schnell. Schade, wie es der Akku von der Kamera ist.